Die könnt ihr in anderen Garten tun, da könnt ihr auch was planten, das ist ein total wertvolles Dang. Da könnt ihr Blumenwurm planten, Frosche begatten. Das ist die Gegenswarnung, das war nicht so, warum sie vor Ort sind. Ich wollte die anderen nicht sehen. Oh, das ist die Gegenswarnung. Oh, das ist die Gegenswarnung. Oh, die sind gefunden worden. Ja, falls sind da die Goldschluss-Sprecher drin? Ja, die Eier aus mit Gold, das sagt man so. Gold raus, das ist mit Goldschluss. Kakao. So ein schöner Hof hier, muss ich sagen. Ja.